Der Titel, Swing is in. Wir wussten kein deutsches Wort dafür, entschuldigen Sie bitte. Und der Täter, der jetzt kommt, ist Helmut Zacharias. Da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Du hast gewonnen, wie so oft. Ich wollte dich auf etwas aufmerksam machen. Nach langer Sucharbeit ist es mir gelungen, ein Duett für zwei Geigen zu finden, ein Duo. Prima. Das ist für eine erste Sologeige und für eine zweite, die du übernehmen kannst. Was spielst du denn jetzt? Das wirst du schon hören. Also, pass mal auf. Weißt du übrigens den Unterschied zwischen deiner Geige und der Karlstraße in Möblingen? Die Karlstraße hat zwei Gehseiten. Oh! Darf ich bitten? Darf ich bitten? Darf ich bitten? Darf ich bitten? Also, das geht nicht. Können wir beginnen? Ja. Jetzt kommt ja übrigens wieder die schöne Jahreszeit, wo du ohne Handschuhe spielen kannst. Wegen der kalten Saiten. Können wir beginnen? Wenn du übrigens einen Knabe, der keine Ahnung hat von Tuten und Blasen, dem schenkt mir am besten eine Geige. Aber das erlauben wir mal. Können wir endlich beginnen, ja? Dann. Geiger. Wenn du ja, deine Leute zusammenwamenstigen. Und das geht das. Dann. 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 Dann.